nächsten thema macht weiter google hat ein google hat das pixel 8a vorgestellt jetzt vor wenigen tagen und das macht das macht aus mehrerer mehrlei hinsicht eigentlich einen für mich für android handy einen sehr guten eindruck auf mir erstens einmal die technischen daten sind ganz okay der chip der drinnen ist ist der g3 chip den alles pixel 8 pro hat es ist ja der chip ist jetzt davon auf ein level wie der schnellste snapdragon oder die apple chips das muss man doch dazu sagen also google hat dort durchaus noch aufholbedarf aber ist nicht schlecht display und kamera sind ganz nett und was google jetzt halt wieder verspricht da mal schauen ob sie es halten können weil google ist bei versprechen halten doch er dann beim pixel halten es also da wollen sie sich bis jetzt immer dran gehalten ja beim pixel kann sein ich bin beim pixel beim pixel haben sie sich bisher wirklich dran gehalten es gibt immer was ist und wollen 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 das erste pixel ich weiß nicht ob es für das noch war es also da wo sie es angekündigt haben dass sie gesagt haben sie machen es pixel 1 kann schnitt zählen bis pixel pixel xl ist 2016 auskommen hat support copies 219 also gehen wir mal zurück ja da haben da haben sie aber auch noch nicht gesagt dass sie es so lange machen ja pixel xl das war ja das allererste oder also naja du musst glaube ich anfangen wo haben sie ihn du musst da anfangen wo sie auf dem google tensor glaube ich gewechselt haben ja auf dem g3 chip ja das heißt das pixel 6 glaube ich war das erste wirklich neue google pixel ja das ist auf markt kommen oktober 21 und hat at least support bis oktober 26 also fünf jahre ja genau ja das haben sie dann jetzt auf sieben jahre 6a auch gezogen für das 7a hat announced 5 jahre das 7a hat announced 5 jahr das pixel fold announced 5 jahr also vielleicht machen sie es jetzt mit sieben jahren das kann schon sein ich bin immer noch galaxy nexus geschädigt weil das habe ich gekauft und ein halbes jahr später oder dreiviertel jahr später haben sie es hat support getroppt ja das ist das ist zwar sehr 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 lang her ja das war die kooperation zwischen google und samsung google wollte android raw phone auszubringen samsung hat es von gebaut nur der verbauten prozessor hat dann irgendwann irgendwann einfach keine updates mehr kriegt von keine ahnung texas instruments glaube ich und dann war es vorbei das war das war gut seitdem glaube ich google ein scheiß trick was mir die update versprechen geben das problem ist ich glaube da ist ein samsung ein bisschen in die kiste gefahren weil samsung sieben jahren angekündigt weil sieben weil sie gesagt haben wir machen sieben jahren ist okay ist okay also wenn sie das jetzt machen würde ich sagen ist ein phone für knapp 550 euro eigentlich ein guter einstieg das ist jetzt würde ich sagen mehr als nur so mittelklasse ding das kann schon was das heißt wenn man damit leben kann dass dass du eigentlich full google drauf ist ja gut ob du jetzt als samsung telefon cash da hast du hast auch full google drauf da hast du noch folie google drauf aber bei der geräte ja ja aber dafür kriegst du ein paar nette features das kann schon durchaus sachen die ganze fotografie effekte so weiter was sie halt jetzt haben mit erkennung und bla 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 und ausschneiden also und du kriegst derzeit glaube ich auch noch das ist glaube ich glaube ich glaube es ist noch google pixel exklusiv dass du am bild was einkreisen kannst und er sucht danach genau ja das glaube ich samsung kriegs jetzt auch aber das war am anfang das war relativ lang google pixel exklusiv das heißt eben ja also stimmt samsung hat gesagt samsung kriegt es aber ich glaube so gewisse funktionen kriegst du immer hat premiere auf die pixel phones ja ja aber samsung machte sie ihre eigene samsung hatte wohl sowas die machen sie aber selber also ihre ja das ist ja das was bei samsung dann monatlich gebühr kosten soll in zukunft die ki features ja ja gut okay verstehe den den move ja passt ja ich sag so rein von der logik her in der android welt kannst du derzeit nur pixel phones kaufen und samsung smartphones weil da hast du mindest das update versprechen dabei ja das ist das ist es einer einer von den anbietern wo ich früher gesagt habe nutze den denken kann ich den kann ich jetzt nicht mehr besten gewissens empfehlen weil die mittlerweile autos bauen show me they haben das ja damit man dem heute haben wir keinen bogen zu dem thema also ist jetzt sind die furcht aber dd haben die die haben das halt außergebracht also die haben ja die die ihre x oder erstens einmal die poco phones wo sie gehabt haben und die show me wir haben die kosten ja mehr ein eigener name kommt das war so eigene line wo sie wirklich update was stimmt update versprechen geben haben klappt für fünf jahre war das nicht google one oder google ja das hat irgendwas gehabt das war irgendwas android one oder irgend so was android one oder sowas ja 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 so ist eine richtung ja haben sie dann aber wie man es halt von show me gewohnt ist jetzt auch nicht bei allen modelle wirklich bis zum ende durchgezogen soweit die mir erinnern kann ja deswegen also im prinzip im prinzip wenn man nie jetzt jemand frage ich brauche ein handy will aber kein iphone dann will jetzt einfach nur sagen kann ich auch nur sagen okay dann kv pixel 8a ja oder kv samsung galaxy nicht einmal das würde empfehlen ja da würde ich ernst machen ich würde mir als samsung galaxy kaufen und zwar fe immer wenn ich was sagt ich will nicht so viel ausgeben weil wenn du jetzt zum beispiel schaut das samsung galaxy se 3 des s3 20 fe kostet derzeit bei amazon 496 euro ja kann ich kaufen da ist halt die frage okay sage jetzt lege nur den dem 50er drauf und kraft mir das pixel weil beim pixel wer ist die bessere kamera und du kriegst und du kriegst früher die android updates weil es ist ja stock android ja 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 definitiv aber sonst also die samsung galaxy reihe kann man schon kraft ja ich kann samsung bin ich vielleicht ein bisschen schädigt würde jetzt an die zogen weil ich habe selber ihr habt ihr ihr habt ihr ihr habt selber nie samsung verwendet aber ich habe heute schon mehrfach für für die verwandtschaft samsung handys einrichten müssen weil sie sich gedacht haben sie kaufen handy ohne mitzufragen und diese monst ja diese monster ja und dann 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 hat es geheißen ja klemmens bitte hilf mir das handy einrichten ich kann mich da nicht aus was sie da dann in knapp eineinhalb bis zwei stunden machen müssen hat mit zurückversetzen die zeit als notebooks mit windows kämen sind mit unzählig vorinstallierten apps und genau dasselbe habe dann auf den samsung machen dürfen nämlich alles runter werfen ich glaube das haben es mittlerweile an ihm aber bei die zumindest bei die teuren geräte haben es das nicht eben diese verwandt und bekanntschaft kauft ihr keine teuren geräte die kann klar klar da muss ja ding du musst ja verstehen samsung muss ja geld damit ja und da war halt alles drauf von spotify über netflix app vorinstalliert bis zu dem und jenen und das und das und das und das und spiele also und das war einfach für mich eine nutzererfahrung wo ich mir gedacht habe das das wie kann man das nur markt werfen ich konnte aber sagen wenn das samsung galaxy s 24 ultra kauf ist das garantiert nicht davon eben ich weiß es nicht mir reicht es ja schon dass samsung ihre eigenen apps darauf hatte alle mehr oder weniger nicht gut funktionieren ich weiß gleich eins mein vater haben also der hat gesagt er soll sich ja damals galaxy s 21 fe kaufen da war nichts vor installiert drauf also da war das nur nur diese sachen jemand du brauchst klar wie samsung account den samsung account brauchst halt weil sie machen man du kriegst zumindest dass sie sagen sie machen ein backup war drin von dein telefon wo sagen kann okay zumindest das und gewisse sachen sein halt aber es ist sonst nichts vor installiert was nervig ist das ist aber schon für mich das wo ich sage warum warum soll ich da auch noch an account machen du musst aber nicht machen also du kannst ihn machen du musst nicht mehr es du kriegst halt abor features was sagen kannst okay wenn ich nicht brauche brauche ich nicht machen aber also da haben schon dazu gelernt also das ist nicht so dass da das kompletten anzug müllt ist mit ihnen ganz schön ja ich bin halt trotzdem der der sagt wenn wenn ihr von handy an account machen muss dann reicht mir ordner und dann würde ich immer sagen pixel auch da du hast pure android mit ein paar google exclusive apps und fertig ja obwohl man man muss samsung gewisse sachen seien bei samsung nicht so schlecht also das muss ich da ich das jetzt abgenutzt habe zum einrichten und sonst ein paar dinge mache ich muss sagen samsung ist schon sehr sehr viel besser das kann schon sein also das es ist es ist nicht unangenehm zu bedienen muss ich sagen also sie machen es da doch schon relativ komfortabel und das für android ist das ist durchaus eine leistung wenn das hinbringt da sind wir nicht denkt wow ich muss jetzt kurz wenn ich das angreift gut so nachher noch wollte ich wisst du noch was zu den pixel sagen